Black Dagger Ewige Liebe von J.R. Ward Gelesen von Johannes Steck Kapitel 1 Verdammt, Wishes, du machst mich echt fertig. Batsch O'Neill wühlte in seiner Sockenschublade nach schwarzer Seide und fand nur weiße Baumwolle. Da, endlich. Er zog eine einzelne Socke heraus. Batsch, nicht gerade der Jackpot. Wenn ich dich fertig machen wollte, Bulle, dann wären modische Strümpfe deine geringste Sorge. Batsch blickte aus dem Augenwinkel zu seinem Mitbewohner, seinem Gleichgesinnten in Sachen Baseball, einem seiner besten Freunde, die beide zufälligerweise Vampire waren. Wishes kam gerade aus der Dusche und hatte sich an Hand herum die Hüfte gewickelt, was seine muskulöse Brust und die kraftstrotzenden Arme gut zur Geltung brachte. Er zog sich gerade einen schwarzen Lederhandschuh über die tätowierte linke Hand. Musst du immer meine guten schwarzen Socken nehmen? Wishes grinste. Mitten in seinem Ziegenbärtchen blitzten die Fänge auf. Die sind so schön weich. Warum bittest du Fritz da nicht einfach, dir auch welche zu besorgen? Der hat genug damit zu tun, deine Sucht nach Edelklamotten zu befriedigen, Mann. Okay. Batsch hatte in letzter Zeit seinen inneren Versace entdeckt, von dessen Existenz bisher niemand etwas geahnt hatte. Und wenn schon. Wie schwierig konnte es denn schon sein, ein extra Dutzend Anzugssocken zu beschaffen? Ich frage ihn für dich. Was für ein Gentleman. Wishes strich sich das dunkle Haar zurück. Die Tattoos an der linken Schläfe waren kurz zu sehen und verschwanden dann wieder unter den Strähnen. Brauchst du heute Abend den Escalade? Ja, bitte. Batsch quetschte seine Füße in Gucci-Träter und ließ die Strümpfe einfach weg. Heißt das, du triffst Marissa? Batsch nickte. Ich muss endlich Klarheit haben. Entweder oder. Und er hatte das ungute Gefühl, es würde oder sein. Sie ist eine gute Frau. Das war sie mit Sicherheit. Weswegen sie vermutlich derzeit seine Anrufe nicht beantwortete. Ex-Polizisten mit einer Vorliebe für Scotch waren nicht unbedingt perfektes Beziehungsmaterial für Frauen, seien sie nun Menschen oder Vampirinnen. Und die Tatsache, dass er eigentlich nicht zu den Letzteren gehörte, war auch nicht gerade hilfreich. Wie auch immer, Bulle. Rage und ich genehmigen uns noch ein paar Drinks im One-Eye. Du kannst dir ja hinterher vorbeikommen. Es donnerte so laut an der Tür, als ob jemand sie mit einem Rambock bearbeiten würde. Zwei Köpfe wirbelten herum. Vicious zog sich das Handtuch hoch. Verdammte Scheiße! Unser Herzensbrecher muss endlich mal lernen, wie man eine Türklingel benutzt. Dann rede du mit ihm. Auf mich hört er ja nicht. Rage hört auf niemanden. Vicious joggte zur Tür. Während das Hämmern langsam nachließ, widmete Butch sich seiner stetig wachsenden Krawattensammlung. Er wählte eine blassblaue von Brioni, schlug den Kragen seines weißen Hemdes hoch und knotete sich geschickt die Seide um den Hals. Als er fertig war und ins Wohnzimmer hinüberschlenderte, hörte er Rage und Vicious, die sich vor der Geräuschkulisse von Are You Still Down von Tupac unterhielten. Butch musste lachen. Oh Mann, sein Leben hatte ihn ja schon an die merkwürdigsten Orte geführt, und die meisten davon waren ziemlich schlimm gewesen. Aber niemals hätte er sich träumen lassen, dass er einmal mit sechs Vampirkriegern zusammenwohnen würde. Oder gar sich an ihrem Kampf um die Erhaltung ihrer schwindenden, verborgenen Spezies zu beteiligen. Doch irgendwie gehörte er zur Bruderschaft der Black Dagger. Und er und Vicious und Rage kamen wirklich ein irres Trio ab. Rage lebte zusammen mit dem Rest der Bruderschaft im großen Haus auf der gegenüberliegenden Seite des Gartens. Doch das Dreiergespann hing meistens im Pförtnerhäuschen ab, wo Vicious und Butch wohnten. Die Höhle, wie ihre Behausung inzwischen nur noch hieß, war ein Palast im Vergleich zu den Bruchbuden, in denen Butch bisher gewohnt hatte. Er und Vicious hatten jeder ein eigenes Schlaf- und Badezimmer. Eine kleine Küche und ein Wohnzimmer, das im sympathischen, postmodernen Studenten-Wohnheim-Gemeinschaftsraumstil eingerichtet war. Allerdings ein bisschen teurer, als man das gemeinhin auf dem Campus tat. Zwei Ledersofas, ein HDTV-Plasma-Fernseher, ein Tischkicker und diverse Punching-Bälle. Als Butch um die Ecke kam, stand Rage in all seiner Pracht vor ihm. Schwarzer Leder-Trenchcoat, der bis auf die Knöchel reichte. Schwarzes Muzzle-Shirt. Mit den Stahlkappenstiefeln war er gut zwei Meter groß. In diesem Aufzug sah der Vampir schlicht und ergreifend umwerfend aus. Selbst in den Augen eines staatlich geprüften Heteros wie Butch. Dieser Kerl setzte selbst die Gesetze der Physik außer Kraft, so gut sei er aus. Das blonde Haar war hinten kurz geschnitten und vorne etwas länger gelassen. Türkis-blaue Augen wie das Meer der Karibik. Aber obwohl Rage ein Charmeur sein konnte, war er beileibe kein verzerteltes Jüngelchen. Unter der strahlenden Oberfläche brodelte etwas Dunkles, Tödliches, und das sah man auf den allerersten Blick. Er verströmte die Aura eines Mannes, der die Dinge mit seinen Fäusten regelt, auch wenn er unterwegs ein paar Zähne ausspucken muss. »Was läuft, Hollywood?«, fragte Butch. Rage lächelte und entblößte seine perlweißen Beißerchen inklusive der langen Fangzähne. »Zeit für die Jagd, Bulle!« »Verflucht, du alter Blutsauger!« »Hattest dir gestern Nacht noch nicht gereicht?« »Diese Rothaarige sah ganz schön heftig aus, genau wie ihre Schwester.« »Du kennst mich doch. Ich bin immer hungrig.« Zu Rages Glück gab es endlosen Nachschub an Frauen, die mehr als bereit waren, seinen Bedürfnissen nachzukommen. Und der Kerl hatte Bedürfnisse. Trank nicht, rauchte nicht. Aber er hatte einen Frauenverschleiß, wie Butch es noch nicht erlebt hatte. Und es war beileibe nicht so, dass Butch sonst nur Kurknaben kannte. Rage sah Vicious an. »Zieh dich an, Mann!« »Oder wolltest du ihm Handtuch ins One-Eye?« »Geh mir nicht auf den Sack, Bruder!« »Dann beweg endlich deinen Hintern!« Auf dem Tisch türmte sich eine Computerlandschaft, bei deren Anblick Bill Gates angefangen hätte zu sabbern. Von seiner Kommandozentrale aus steuerte Vicious das gesamte Sicherheits- und Überwachungssystem des Geländes. Einschließlich des Haupthauses, der Trainingsräume im Keller, der Grotte und ihrer Höhle, sowie auch die unterirdischen Tunnel, die die Gebäude miteinander verbanden. Er kontrollierte alles. Die automatischen Stahlrollläden vor jedem Fenster, die Schlösser der Stahltüren, die Temperatur in allen Räumen, das Licht, die Überwachungskameras, die Eingangstore. Vicious hatte den ganzen technischen Zirkus selbst installiert, bevor die Bruderschaft vor drei Wochen hier eingezogen war. Die Gebäude und Tunnel gab es schon seit dem frühen 20. Jahrhundert, aber den Großteil der Zeit waren sie unbenutzt geblieben. Nach den Ereignissen im vergangenen Juli aber, war gemeinschaftlich beschlossen worden, die Operationen der Bruderschaft besser zu koordinieren, und sie alle waren hierhergezogen. Als Vicious in sein Zimmer ging, wickelte Rage einen Lolli aus und steckte ihn sich in den Mund. Sag mal, warum machst du dir eigentlich solche Mühe mit deinen Klamotten, Mann? Du setzt deinen Charme ja doch nicht ein. Ich meine, ständig lässt du in der Bar Mädels abblitzen. Sparst du dich für die Ehe auf? Exakt so ist es. Bis ich vor den Altar trete, bleibt er in der Hose. Versonnen schüttelte Rage den Kopf. Willst du dich nicht? Das werde ich heute Abend herausfinden. Butch prüfte seine Finanzen. In 16 Jahren bei der Mordkommission hatte er kaum etwas auf die Seite legen können. Aber seit er sich mit der Bruderschaft herumtrieb, hatte er so viel Asche, dass er gar nicht alles ausgeben konnte. Du hast Glück, Buller. Butch warf ihm einen Seitenblick zu. Wie kommst du darauf? Ich hab mich schon immer gefragt, wie es wohl wäre, sie für eine gute Frau zu entscheiden. Butch lachte. Der Typ war ein Sexgott. Eine erotische Legende seiner Rasse. Vicious hatte erzählt, die Geschichten über Rage wurden vom Vater zum Sohn weitergereicht, wenn die Zeit reif war. Die Vorstellung, dass er seriös werden und ein guter Ehemann sein könnte, war einfach absurd. Gemächlich ging Rage zum Mülleimer und warf seinen Lolli-Stiel hinein. Können wir jetzt endlich mal los? Ich hab satt, auf euch zu warten, Jungs. Verrage und starrte die Schneeschaufeln an, die an der Wand hingen. Sie war müde, obwohl ihr Tag gar nicht so anstrengend gewesen war. In einer Anwaltskanzlei Anrufe entgegenzunehmen und Unterlagen abzuheften, war weder körperlich noch geistig sonderlich fordernd. Eigentlich dürfte sie also gar nicht erschöpft sein. Doch vielleicht raubte ihr gerade der Mangel an Herausforderung die Energie. War es Zeit, zurück zu den Kids zu gehen? Immerhin war das der Beruf, den sie gelernt hatte und den sie liebte. Mit ihren autistischen Patienten zu arbeiten und ihnen zu helfen, neue Wege der Kommunikation zu finden, war für sie persönlich und professionell immer sehr bereichernd gewesen. Die zweijährige Unterbrechung war nicht Marys Idee gewesen. Vielleicht sollte sie in der Einrichtung anrufen und fragen, ob eine Stelle frei war. Und selbst wenn nicht, könnte sie auf freiwilliger Basis aushelfen, bis etwas frei wurde. Mary nahm ihre Tasche und stieg aus dem Auto. Während die Garagentür langsam zuklappte, ging sie zur Haustür und holte die Post. Während sie durch die Rechnungen blätterte, saugte sie genüsslich die kühle Oktoberluft durch die Nase ein. Sie liebte den Herbst. Und im Norden New Yorks war er besonders schön, wie sie fand. Caldwell, New York, die Stadt, in der sie geboren war und in der sie sehr wahrscheinlich auch sterben würde, lag eine gute Stunde nördlich von Manhattan. Sie wurde vom Hudson River in zwei Hälften geteilt und war in jeder Hinsicht eine typisch amerikanische Stadt. Sie legte den Kopf in den Nacken und sah hoch zu den Sternen. Sie würde niemals hier weggehen. Ob nun aus Treue oder aus mangelnder Fantasie, wusste sie selbst nicht so genau. Vielleicht liegt es an meinem Haus, dachte sie auf dem Weg zur Eingangstür. Die umgebaute kleine Scheune gehörte zum Gelände eines ehemaligen Bauernhofs und sie hatte sich auf den ersten Blick in sie verliebt. Sie war kuschelig, gemütlich eingerichtet und einfach zauberhaft. Deshalb hatte sie das Haus vor vier Jahren gekauft, unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter. Damals hatte sie, neben einem dringend nötigen Tapetenwechsel, etwas Zauberhaftes gut gebrauchen können. Ihr Häuschen war alles, was das Zuhause ihrer Kindheit nicht gewesen war. Hier hatten die Holzdielen die Farbe von Honig und waren mit Klarlack versiegelt, statt voller undefinierbarer Flecken. Ihre Möbel waren neu und hell. Und alles, von den Kissenbezügen über die Vorhänge bis hin zu den Decken, war cremeweiß. Sie legte die Schlüssel und die Handtasche in der Küche ab und ging zum Anrufbeantworter. Sie haben zwei neue Nachrichten. Hallo Mary, hier ist Bill. Ich werde gern auf dein Angebot zurückkommen. Wenn du heute Abend eine Stunde an der Hotline für mich übernehmen könntest, wäre das super. Wenn ich nichts mehr von dir höre, gehe ich davon aus, dass es klappt. Danke nochmal. Sie löschte die Nachricht. Mary, hier ist die Praxis von Dr. de la Croce. Wir möchten Sie bitten, für eine Nachuntersuchung zu Ihrem vierteljährlichen Check-up in die Praxis zu kommen. Würden Sie uns bitte anrufen, um einen Termin zu vereinbaren? Wir richten uns ganz nach Ihnen. Danke. Mary ließ die Arme sinken. Das Zittern begann in den Knien und wanderte über die Muskeln in den Oberschenkeln bis in den Magen hinauf. Sie überlegte, ob sie schnell ins Bad rennen sollte. Nachuntersuchung. Wir richten uns ganz nach Ihnen. Sie ist wieder da, dachte sie. Die Leukämie ist zurückgekommen. Kapitel 2 Was zum Teufel sollen wir ihm bloß sagen? Er kommt in 20 Minuten hierher. Mr. O. musterte seinen hysterischen Kollegen gelangweilt. Dieser I war eine totale Niete. Warum sein Gewehrsmann ihn jemals in die Gesellschaft der Lässer eingeführt hatte, blieb Mr. O. ein Rätsel. Der Mann hatte wenig Elan. Keine Zielstrebigkeit. Und für die neue Marschrichtung, die im Krieg gegen die Vampirrasse nötig geworden war, fehlte ihm der Mumm. Was sollen wir nur? Wir werden ihm überhaupt nichts sagen, erklärte Mr. O., während er sich im Keller umsah. Messer, Rasierklingen und Hämmer aller Art lagen wild verstreut auf dem billigen Sideboard in der Ecke. Hier und da sah man Blutlaren, nur nicht unter dem Tisch, wo sie hingehörten. Und in das Rot mischte sich ein glänzendes Schwarz, dank der Fleischwunde, die I davon getragen hatte. Aber der Vampir konnte doch fliehen, bevor wir irgendwelche Informationen aus ihm herausbekommen haben. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Die beiden hatten gerade erst mit der Arbeit an ihrer Geisel angefangen, als O. kurz herausgerufen wurde. Als er wieder zurückkam, hatte E. die Kontrolle über den Gefangenen verloren, einige heftige Kratzer eingesteckt und saß Mutterseelen allein blutend in der Ecke. Ihr Arschloch von einem Boss würde durchdrehen, wenn er das erfuhr. Und obwohl O. den Mann verachtete, hatten er und Mr. X. eines gemeinsam. Schlampigkeit konnten sie nicht tolerieren. Macht ihm mal keine Sorgen, murmelte O. Ich sage ihm einfach, wir hätten die Leiche draußen im Wald abgelegt und von der Sonne beseitigen lassen. Keine große Sache. Heißt das, du sprichst mit ihm? Klar, Mann. Aber verzieh dich lieber. Er wird trotzdem stinksauer sein. I. nickte und stürmte zur Tür. Bis dann. Ja, gute Nacht, du vollidiot, dachte O. und begann, den Keller sauber zu machen. Das armselige kleine Häuschen, in dem sie arbeiteten, wirkte von der Straße her unscheinbar. Es lag zwischen einem ausgebrannten ehemaligen Grillrestaurant und einem zum Abriss vorgesehenen Mietshaus. In diesem Teil der Stadt gab es nur verwahrloste Wohnblocks und Billigläden. Ideal für ihre Zwecke. Niemand ging hier nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße. Pistolenschüsse waren so normal wie Autoalarmanlagen und niemand sagte etwas, wenn jemand mal einen Schrei ausstieß. Auch war das Gelände unauffällig betretbar. Dank der übel beläumdeten Nachbarschaft waren sämtliche Straßenlaternen zerschossen und das Licht aus den umliegenden Gebäuden schimmerte nur schwach. Ein zusätzlicher Vorteil war, dass das Haus über einen überdachten Außeneingang zum Keller verfügte. Mit einem gefüllten Leichensack über der Schulter ein- und auszugehen, war kein Problem. Dennoch war O. nicht zufrieden mit diesem Standort. Es war einfach unmöglich, hier einen Vampir sicher für längere Zeit aufzubewahren und das bedeutete, dass sie ein wertvolles Mittel der Überzeugung aufgaben. Die Zeit wirkte zermürbend auf mentale und körperliche Fähigkeiten. Das Verstreichen mehrerer Tage war ebenso wirkungsmächtig wie zersplitternde Knochen. Was O. sich vorstellte, war ein Unterschlupf im Wald. Etwas Größeres, um seine Gefangenen dort über längere Zeiträume verstecken zu können. Da Vampire bei Tageslicht in Rauch aufgingen, mussten sie vor der Sonne geschützt werden. Wenn man sie aber einfach in einem Raum einschloss, konnte es passieren, dass sie sich einfach dematerialisierten. Er brauchte also einen Raum aus Stahl, um sie einzusperren. Über ihm hörte er die Hintertür zuklappen und dann kamen Schritte die Treppe hinunter. Mr. X trat unter die nackte Glühbirne. Der Hauptlässer war 1,95 Meter groß und hatte die Statur eines Footballspielers. Wie alle Vampirjäger, die schon länger in der Gesellschaft waren, wirkte er ziemlich ausgebleicht. Haar und Haut hatten die Farbe von Mehl. Die Iris seiner Augen war so durchsichtig und farblos wie Fensterglas. Er trug dieselbe standardmäßige Lässermontur wie O selbst, schwarze Cargohose und schwarzer Rolli, die Waffen unter einer Lederjacke verborgen. Also, Mr. O, wie geht die Arbeit voran? Als wäre das Chaos im Keller nicht Erklärung genug. Habe ich das Kommando über dieses Haus? fragte Mr. O herrisch. Beiläufig schlenderte Mr. X zu dem Sideboard und nahm einen Meißel in die Hand. Gewissermaßen, ja. Dann ist mir gestattet, dafür zu sorgen, dass so etwas er machte eine Handbewegung über das Durcheinander hinweg nicht noch einmal passiert. Was ist geschehen? Die Einzelleiten sind langweilig. Ein Zivilist ist entkommen. Wird er überleben? Das weiß ich nicht. Waren Sie hier, als das passiert ist? Nein. Ich will alles hören. Mr. X lächelte, als O nichts weiter sagte. Wissen Sie, Mr. O, Ihre Loyalität könnte Sie in Schwierigkeiten bringen. Wollen Sie nicht, dass ich die richtige Person bestrafe? Ich möchte das selbst regeln. Mr. O wartete. Die scharfe Spitze des Meißels blitzte im Licht auf, als Mr. X damit spielte. Ich habe Ihnen wohl den falschen Partner zugewiesen, oder? murmelte Mr. X. Er hob Handschellen vom Boden auf und ließ sie auf das Sideboard fallen. Ich dachte, Mr. E würde sich vielleicht auf Ihr Niveau steigern. Das hat er offensichtlich nicht getan. Und ich bin froh, dass Sie zuerst zu mir gekommen sind, bevor Sie ihn disziplinieren. Wir beide wissen, wie sehr Sie Ihre Unabhängigkeit schätzen. Und wie wütend es mich macht, wenn Sie auf eigene Faust arbeiten. Mr. X blickte O über die Schulter hinweg mit toten Augen unverwandt an. In Anbetracht all dessen und besonders, weil Sie mich zuerst konsultiert haben, können Sie Mr. I haben. Ich möchte es vor Publikum tun. Ihre Leute und noch weitere. Wollen Sie sich wieder mal beweisen? Ich will höhere Standards setzen. Mr. X lächelte kalt. Sie sind doch wirklich ein arroganter kleiner Bastard. Ich bin genauso groß wie Sie. Urplötzlich konnte O seine Arme und Beine nicht mehr bewegen. Mr. X hatte diesen Lähmungsscheiß schon mal mit ihm durchgezogen. Insofern kam es nicht völlig unerwartet. Doch der Kerl hatte immer noch den Meißel in der Hand und kam näher. O kämpfte mit aller Kraft gegen den unsichtbaren Griff an. Der Schweiß brach ihm aus, doch er war X hilflos ausgeliefert. Mr. X kam so nah, dass er sein Gegenüber beinahe berührte. O spürte etwas an seinem Hintern. Viel Spaß, mein Sohn, flüsterte der Mann O ins Ohr. Aber tu dir selbst einen Gefallen. Egal, für wie gut du dich hältst. Du bist nicht ich. Ciao. Der Mann verließ mit großen Schritten den Keller. Die Haustür oben öffnete und schloss sich. Sobald O sich wieder bewegen konnte, griff er in seine Gesäßtasche. Mr. X hatte den Meißel hineingesteckt. Rage starrte prüfend in die Dunkelheit, die um das One-Ey herum herrschte, in der Hoffnung, ein paar Lässer würden herausgesprungen kommen. Obwohl er nicht damit rechnete, solches Glück zu haben. Er und Vicious waren schon stundenlang unterwegs und hatten absolut nichts von ihren Gegnern gesehen. Nicht mal von Weitem. Es war verdammt unheimlich. Wie alles auf der Welt war auch der Krieg zwischen der Gesellschaft der Lässer und den Vampiren ein stetes Auf- und Ab. Und momentan befanden sie sich auf dem Weg in ein Wellental, was nicht überraschend war. Im Juli hatte die Bruderschaft der Black Dagger das örtliche Rekrutierungszentrum der Gesellschaft inklusive ungefähr zehn der besten Männer der Lässer vernichtet. Ganz offensichtlich mussten sich ihre Gegner neu formieren. Er sah sich in dem niederen Hort der Verkommenheit um, in dem sich die Bruderschaft derzeit am liebsten die Zeit vertrieb. Das One Eye lag am Rande der Stadt. Deshalb bestand die Kundschaft hauptsächlich aus Bikern und Bauarbeitern. Harten Burschen, die ihre Angelegenheiten lieber mit den Fäusten als über einen Anwalt regelten. Die Bar war einfach nur ein typisches Wasserloch für diese Sorte Mensch. Ein flacher, schmuckloser Bau, umgeben von einem Parkplatz. Während er die Autotür zuschlug, stand sein ganzer Körper unter Strom. Die Haut prickelte. Die Muskeln waren angespannt. Er dehnte die Arme, um die Anspannung etwas zu lösen, war aber nicht weiter erstaunt, als es nichts half. Sein Fluch meldete sich unmissverständlich zu Wort und brachte ihnen gefährliches Fahrwasser. Wenn er sich nicht bald etwas abreagierte, würde er ein ernsthaftes Problem bekommen. Vielen Dank auch, Jungfrau der Schrift. Schlimm genug, dass er mit einem Übermaß an Energie und physischer Kraft auf die Welt gekommen war, an Nichtsnutz mit einer körperlichen Gabe, die er weder zu schätzen noch sich gefügig zu machen wusste. Nein, er musste auch noch der mystischen Schöpferin ans Bein pissen, die über ihre Rasse herrschte. Oh Mann! Sie hatte nur zu bereitwillig noch eine Schicht Mist auf den Komposthaufen seines Lebens gekippt, dass er jetzt, wenn er nicht regelmäßig Dampf abließ, zur tödlichen Gefahr wurde. Kämpfe und Sex waren die einzigen Ventile, die ihm etwas Erleichterung verschafften. Er verwendete sie wie ein Diabetiker sein Insulin. Eine stete Dosis von beidem hielt ihn einigermaßen im Gleichgewicht, aber immer half das auch nicht. Und wenn er die Balance verlor, dann wurde es für alle Beteiligten böse, inklusive seiner selbst. Gott, er war es so leid, ein Gefangener seines Körpers zu sein, gehorsam, seine Anforderungen zu erfüllen, um nicht in dem brutalen Vergessen zu versinken. Sicher. Sein umwerfendes Gesicht und die körperliche Kraft waren schön und gut, aber beides hätte er liebend gern mit einem dürren, hässlichen Nichtskönner getauscht, wenn er sich dafür etwas Frieden hätte erkaufen können. Er konnte sich nicht daran erinnern, wie sich Gelassenheit anfühlte. Er wusste nicht einmal mehr, wer er wirklich war. Das Gefühlschaos hatte ziemlich bald eingesetzt. Nur wenige Jahre, nachdem er den Fluch kassierte, hatte er die Hoffnung auf wahre Erleichterung aufgegeben und einfach nur versucht, durchzukommen, ohne jemandem wehzutun. Damals hat er sein inneres Sterben begonnen. Und jetzt, über 100 Jahre später, war er fast völlig abgestumpft. nichts als schimmerndes Blendwerk und die leere Hülle seines Charmes. Er hatte längst aufgehört, sich selbst als etwas anderes als eine Bedrohung anzusehen. Zumindest in den Bereichen, die wirklich zählten. Denn die Wahrheit war, dass niemand in seiner Nähe sicher war. Und das war es, was ihn wirklich kaputt machte. Mehr noch als der körperliche Stress, den er auszuhalten hatte, wenn der Fluch sich bahnbrach. Er lebte in der ständigen Angst, einen seiner Brüder zu verletzen. Und seit ungefähr einem Monat auch Batsch. Rage ging um den Wagen herum und sah durch die Windschutzscheibe den Menschen dahinter an. Wahnsinn! Wer hätte gedacht, dass er mal so gut mit einem Homo Sapiens auskommen würde? Kommst du später noch vorbei, Bulle? Weiß noch nicht. Viel Glück, Mann. Warten wir es ab. Rage fluchte leise, als der Escalade davonfuhr und er und Vicious über den Parkplatz liefen. Wer ist die Vicious? Einer von uns? Marissa. Marissa? Die Marissa? Raths ehemalige Schellen? Ich quäle ihn nicht damit und das solltest du auch nicht tun. Bist du denn gar nicht neugierig? Vicious gab keine Antwort, sondern blieb stattdessen vor dem Eingang zur Bar stehen. Ah, natürlich. Du weißt es schon, oder? sagte Rage. Du weißt schon, was passieren wird. Vicious hob kaum merklich die Schultern, und legte die Finger auf die Klinke. Aber Rage bremste ihn mit einer Hand. Hey, Vicious, träumst du auch manchmal von mir? Siehst du meine Zukunft? Willst du das wirklich wissen? fragte der Bruder. Die Tür flog auf und ein betrunkener taumelte heraus, wie ein LKW mit gebrochener Achse. Der Kerl steuerte auf die Büsche zu, übergab sich und legte sich dann Bäuch links auf den Asphalt. Rage wich den Blick seines Bruders aus. Streicht das, Vicious, ich will es nicht wissen. Er war bereits einmal verflucht worden, und vor ihm lagen noch 91 Jahre, bevor er wieder frei war. 91 Jahre, acht Monate und vier Tage, bis die Strafe vorbei war und die Bestie nicht mehr länger ein Teil von ihm wäre. Warum sollte er sich gleich die komplette kosmische Packung abholen und sich sagen lassen, dass er gar nicht so lange leben würde? Rage? Was? Ich sag dir etwas anderes. Dein Schicksal naht. Und sie kommt bald. Rage lachte. Ja? Wie ist sie denn so? Ich hab sie am liebsten. Sie ist eine Jungfrau. Ein Schauer fuhr Rage über den Rücken und bohrte sich in seine Eingeweide. Du machst Witze, oder? Sieh mir ins Auge. Glaubst du, ich verarsche dich? Vicious hielt einen Augenblick inne, dann öffnete er die Tür. Der Gestank von Bier und menschlichen Körpern schlug ihnen entgegen und ermalt von einem alten, ganzen Roses-Song. Beim Hineingehen murmelte Rage. Du bist ein echt irrer Typ, mein Bruder. Kapitel 3 An dieser Pavlov-Sache war schon etwas dran, dachte Mary, als sie in die Stadt fuhr. Ihre Panikreaktion auf den Anruf von Dr. Della Crochis Praxis war ein antrainierter Reflex. Mit Logik hatte das nichts zu tun. Nach Untersuchung konnte alles Mögliche bedeuten. Nur, weil sie Anrufe von Ärzten automatisch mit Katastrophe assoziierte, hieß das nicht, dass sie eine Hellserien war. Sie hatte keine Ahnung, was, beziehungsweise ob, etwas nicht in Ordnung war. Immerhin befand sie sich seit fast zwei Jahren auf dem Weg der Besserung und fühlte sich einigermaßen gesund. Gut, sie wurde schnell müde, aber wem ging das nicht so? Ihr Job und die ehrenamtliche Arbeit hielten sie eben auf Trab. Gleich morgen früh würde sie anrufen und einen Termin vereinbaren. Aber jetzt musste sie Billys Schicht an der Selbstmord-Hotline für ihn übernehmen. Sie parkte den Civic auf einem Parkplatz in der 10th Street und lief schnell zu einem schmuddeligen, sechsstöckigen Gebäude. Das hier war der heruntergekommenste Teil der Stadt, Überbleibsel eines ehrgeizigen städtischen Projekts aus den 70ern. Damals wollte man ein Areal von neun Blocks, ein sogenanntes Problemviertel, in ein Geschäftsviertel verwandeln. Der Optimismus war verfrüht gewesen. Und inzwischen wechselten sich hier mit Brettern vernagelte Bürogebäude und billige Unterkünfte ab. Mary blieb am Eingang kurz stehen und winkte den beiden Polizisten zu, die in ihrem Streifenwagen vorbeifuhren. Die Zentrale der Selbstmord-Hotline lag im zweiten Stock zur Straße hin und sie blickte zu den hell erleuchteten Fenstern hinauf. Ihr erster Kontakt zu der gemeinnützigen Einrichtung hatte als Anruferin stattgefunden. Drei Jahre später besetzte sie selbst immer donnerstags, freitags und samstagnachts ein Telefon. Außerdem kam sie an Feiertagen her und sprang bei Bedarf ihr Kollegen ein. Niemand wusste, dass sie einmal selbst angerufen hatte. Niemand wusste, dass sie Leukämie hatte. Nachdem sie ihre eigenen Mutter beim Sterben zugesehen hatte, wollte sie nicht, dass jemand einmal an ihrem Bett stünde und weinte. Sie kannte die ohnmächtige Wut bereits, wenn Wünsche und Gebete keine Heilung auf Kommando brachten. Sie hatte kein Interesse in einer Wiederholung des Anblicks, wie sie um Atem rang oder in einem Meer versagender Organe schwamm. Okay, da war die Panik wieder. Mary hörte links von sich ein Schlürfen und nahm im Augenwinkel eine Bewegung wahr, als wollte sich jemand eilig um die Ecke des Gebäudes verstecken. Plötzlich wieder hellwach tippte sie einen Code ein, drückte die Tür auf und nahm die Treppe nach oben. Oben im zweiten Stock wurde die Tür durch den Sommer für sie geöffnet und sie ging in der Rezeption vorbei ins Büro. Die Leiterin, Rhonda Knotty, war gerade am Telefon und Mary winkte ihr zu. Dann nickte sie Nan, Stuart und Lola zu, die heute Abend Dienst hatten, und ließ sich an einem leeren Schreibtisch nieder. Als sie sich ausreichend mit Formularen, Bleistiften und dem psychologischen Handbuch der Hotline ausgerüstet hatte, holte sie eine Flasche Wasser aus ihrer Handtasche. Beinahe sofort klingelte eine ihrer Leitungen. Die Nummer kannte sie. Und die Polizei hatte herausgefunden, dass es eine Telefonzelle war, hier in der Nähe. Es war ihr Anrufer. Das Telefon klingelte zum zweiten Mal und sie nahm ab. Selbst Mordhotline? Sie sprechen mit Mary? Wie kann ich Ihnen helfen? Stille. Nicht einmal ein Atemzug war zu hören. Schwach hörte sie einen Motor aufheulen und wieder im Hintergrund verschwinden. Laut der Fangschaltung der Polizei rief die Person immer von Telefonzellen aus an und wechselte ihren Standpunkt, um nicht gefunden zu werden. Sie sprechen mit Mary? Wie kann ich Ihnen helfen? Obwohl das gegen die Vorschriften war, senkte Mary ihre Stimme und flüsterte ins Telefon. Ich weiß, dass du es bist. Und ich bin froh, dass du dich heute Nacht wieder meldest. Aber bitte kannst du mir nicht deinen Namen sagen oder was mit dir los ist? Sie wartete. Dann war die Leitung tot. Wieder einer von deinen? fragte Ronda und nippte in ihrem Kräutertee. Mary legte auf. Woher weißt du das? Die Frau nickte über die Schulter. Dein Telefon hat oft geklingelt, aber keiner ist weiter als bis zur Begrüßung gekommen. Und dann bist du plötzlich an der Strippe. Tja, also. Hör mal, die Polizei war heute noch mal da. Sie können nichts anderes machen, als jede Telefonzelle in der Innenstadt beschatten zu lassen. Und so weit wollen sie momentan noch nicht gehen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich mich nicht bedroht fühle. Das kannst du aber doch gar nicht wissen. Komm schon, Ronda. Das geht jetzt schon seit neun Monaten so. Wenn mir jemand etwas tun wollte, wäre es längst passiert. Und ich möchte wirklich helfen. Das ist die andere Sache, die mir Sorgen bereitet. Du versuchst eindeutig, deinen Anrufer zu beschützen. Du nimmst das zu persönlich. Das stimmt nicht. Die Leute hier rufen aus einem bestimmten Grund an und ich weiß, dass ich mich um sie kümmern kann. Mary, hör auf damit. Du solltest dich mal hören. Ronda zog einen Stuhl heran und senkte ihre Stimme. Das ist nicht leicht für mich. Aber ich glaube, du brauchst mal eine Pause. Mary zuckte zurück. Von was? Du bist zu oft hier. Ich arbeite genauso viele Tage wie alle anderen. Aber du bleibst nach deinen Schichten immer noch stundenlang hier und du springst ständig für Kollegen ein. Du engagierst dich viel zu stark. Ich weiß, dass du jetzt gerade für Bill hier bist. Aber wenn er kommt, dann möchte ich, dass du nach Hause gehst. Und danach darfst du ein paar Wochen nicht mehr kommen. Du brauchst einfach etwas Abstand. Diese Arbeit hier ist hart und hüllt einen aus. Man braucht eine gesunde Distanz dazu. Nicht jetzt, Ronda. Bitte. Nicht jetzt. Ich brauche das hier mehr als je zuvor. Ronda drückte sanft Marys verkrampfte Hand. Das hier ist nicht der richtige Ort, um deine eigenen Probleme zu lösen. Und das weißt du auch. Du bist eine meiner besten Mitarbeiterinnen und ich möchte, dass du zurückkommst. Aber erst, wenn du ein wenig Zeit hattest, deinen Kopf wieder frei zu bekommen. So viel Zeit habe ich vielleicht nicht mehr, wisperte Mary kaum hörbar. Was hast du gesagt? Mary schüttelte sich und zwang sich zu einem Lächeln. Ach, nichts. Du hast völlig recht. Ich gehe, sobald Bill kommt. Zwei Stunden später traf Bill ein und innerhalb von zwei Minuten war Mary verschwunden. Als sie nach Hause kam, schloss sie die Tür hinter sich, lehnte sich mit dem Rücken an das Holz und lauschte der Stille. Der furchtbare, niederschmetternden Stille. Und sie erinnerte sich gut an das Gefühl, kein Mensch mehr zu sein. Allzu schnell war sie nach dem Beginn der Chemotherapie zu einem zerbrechlichen Wrack geworden, dem Tod näher als dem Leben, bis sie nur mir ein armseliges, erschreckendes Mahnmal menschlicher Sterblichkeit war. Eine Erinnerung an die Endlichkeit des Lebens. Mary schoss quer durch ihr Wohnzimmer in die Küche und riss die Schiebetür auf. Als sie in die Nacht hinaus stürmte, nahm die Angst ihr den Atem. Doch die eiskalte Luft verlangsamte ihren Puls etwas. Du weißt nicht, ob etwas nicht in Ordnung ist. Du weißt gar nicht, was los ist. Wieder und wieder sackte sie ihr Mantra auf und versuchte verzweifelt, die hysterische Panik einzudämmen. Sie ging zu dem kleinen Swimmingpool im Garten. Mary setzte sich, zog Schuhe und Strümpfe aus und ließ die Beine in das eisige Wasser baumeln. Sie hielt sie untergetaucht, selbst als sie schon taub wurden und wünschte, sie könnte sich überwinden, hineinzuspringen und bis zu dem Gitter am Boden zu tauchen. Sie musste wieder an ihre Mutter denken. Und wie Sissy Luz in ihrem eigenen Bett in dem Haus gestorben war, das sie beide immer als Zuhause bezeichnet hatten. Sie konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. Sie kamen langsam und unaufhaltsam und tropften ins Wasser. Mary sah ihnen zu, wie sie auf die Oberfläche trafen und versanken. Als sie aufsah, war sie nicht mehr allein. Erschrocken sprang sie auf die Füße und taumelte rückwärts. Doch dann fing sie sich wieder und rieb sich die Augen trocken. Es war nur ein Junge. Ein Teenager. Dunkelhaarig, blasshäutig, völlig abgemagert und so schön, dass er nicht menschlich wirkte. Was machst du denn hier? fragte sie ohne große Angst. Vor jemandem, der so engelsgleich aussah, konnte man sich nur schwer fürchten. Wer bist du? Er schüttelte nur den Kopf. Hast du dich verlaufen? So sah er jedenfalls aus. Und es war viel zu kalt, um hier nur in Jeans und T-Shirt herumzustehen. Wie heißt du? Er hob eine Hand an den Hals und schüttelte erneut den Kopf. Als wäre er ein Ausländer und frustriert, weil er die Sprache nicht beherrscht. Sprichst du Englisch? Er nickte und plötzlich flogen seine Hände durch die Luft. Zeichensprache. Er benutzte Zeichensprache. Sofort fühlte Mary sich in ihr altes Leben zurückversetzt, als sie ihren autistischen Patienten beigebracht hatte, sich mit den Händen mitzuteilen. Kannst du von den Lippen ablesen oder kannst du hören? bedeutete sie ihm. Er erstarrte, als hätte er nicht im Traum damit gerechnet, dass sie ihn verstehen könnte. Ich kann sehr gut hören. Ich kann nur nicht sprechen. Mary sah ihn lange an. Du bist der Anrufer. Er zögerte. Dann nickte er mit dem Kopf. Ich wollte dir keine Angst einjagen und ich rufe auch nicht an, um dich zu ärgern. Ich will nur wissen, dass du da bist. Aber ich will nichts Abartiges. Ehrlich. Ich schwöre es. Er sah ihr direkt in die Augen. Das glaube ich dir. Nur, was sollte sie jetzt tun? Es war den Mitarbeitern strikt verboten, Kontakt mit anrufender Hotline aufzunehmen. Okay. Aber sie würde ganz sicher nicht den armen Jungen von ihrer Türschwelle verjagen. Willst du etwas essen? Er schüttelte den Kopf. Könnte ich mich vielleicht ein bisschen zu dir setzen? Ich bleibe auch auf der anderen Seite des Beckens. Als wäre er daran gewöhnt, dass die Leute ihn wegschickten. Nein, sagte sie. Bedächtig nickte er einmal und wandte sich ab. Ich meine, setz dich hierher. Neben mich. Er kam langsam auf sie zu, als rechnete er jeden Augenblick damit, dass sie ihre Meinung ändern würde. Als sie sich aber einfach nur wieder hinsetzte und die Füße zurück ins Wasser steckte, zog er seine zerlumpten Turnschuhe aus, krempelte die weite Jeans hoch und ließ sich etwa einen Meter neben mir nieder. Mein Gott, er war so schmächtig. Er ließ seine Füße ins Wasser gleiten und lächelte. Kalt, bedeutete er ihr. Möchtest du einen Pulli? Er schüttelte den Kopf und zog mit den Füßen Kreise im Wasser. Wie heißt du? John Matthew. Mary lächelte. Eines hatten sie schon mal gemeinsam. Zwei Propheten des Neuen Testaments. Die Nonnen haben mir den Namen gegeben. Nonnen? Er schwieg einen längeren Augenblick, als ränge er mit sich, was er ihr alles erzählen dürfte. Warst du in einem Waisenhaus? Hakte sie sanft nach. Ihr fiel wieder ein, dass es in der Stadt eines gab, das von den barmherzigen Schwestern betrieben wurde. Ich wurde in einem Toilettenhäuschen an einer Bushaltestelle geboren. Die Putzfrau, die mich gefunden hat, brachte mich zu den barmherzigen Schwestern. Und die Nonnen haben sich den Namen ausgedacht. Sie versuchte, sich ihr Entsetzen nicht anmerken zu lassen. Und wo wohnst du jetzt? Wurdest du adoptiert? Er schüttelte wieder den Kopf. Pflegeeltern? Bitte, lieber Gott, lass es wenigstens Pflegeeltern geben. Nette Pflegeeltern, die John Matthew bei sich aufgenommen und für ihn gesorgt hatten. Gute Leute, die ihm beibrachten, dass er etwas wert war. Als er keine Antwort gab, musterte sie seine abgetragenen Kleider und den für seine Lebensjahre viel zu reifen Ausdruck auf seinem Gesicht. Er sah so aus, als hätte er schon viel erlebt. Aber nicht, als ob viel Schönes dabei gewesen wäre. Endlich bewegten sich seine Hände. Ich wohne in der Tenth Street. Was bedeutete, dass er entweder illegal in einem Abrisshaus kampierte oder ein rattenverseuchtes Zimmer in einer der Bruchbuden gemietet hatte. Wie er es dennoch schaffte, so sauber zu sein, war ja ein Rätsel. Dann wohnst du also in der Nähe des Hotline-Büros, richtig? Weshalb du heute Abend auch wusstest, dass ich arbeite, obwohl es nicht meine Schicht war. Er nickte. Meine Wohnung liegt genau gegenüber. Ich sehe dich kommen und gehen, aber ich laure dir nicht auf. Für mich bist du wie eine Freundin. Als ich das erste Mal anrief, weißt du, das war mir aus Spaß. Du warst dran und ich mochte den Klang deiner Stimme. Er hatte wunderschöne Hände, dachte sie. Wie die eines Mädchens. Anmutig. Zart. Und heute Abend bist du mir nach Hause gefolgt? Eigentlich fast jeden Abend. Ich habe ein Fahrrad und du fährst sehr langsam. Ich dachte mir, wenn ich auf dich aufpasse, bist du sicherer. Du bist immer so spät nachts unterwegs und das ist keine gute Gegend für eine Frau allein, selbst wenn sie in einem Auto sitzt. Mary schüttelte den Kopf. Er war wirklich ein merkwürdiger Junge. Er sah aus wie ein Kind, aber er redete wie ein Mann. Alles in allem sollte er ja wahrscheinlich unheimlich sein, so wie er sich an ihre Fersen heftete und ernsthaft glaubte, er könne den Beschützer spielen, wo er doch selbst so aussah, als müsste man ihn retten. Warum hast du gerade geweint? fragte er. Er sah sie direkt an. Und es war irgendwie unheimlich, von einem solchen Blick aus den Augen eines Jungen getroffen zu werden. Weil ich vielleicht nicht mehr viel Zeit habe, platzte sie heraus. Mary, hast du Besuch? Mary blickte über die rechte Schulter. Bella, ihre einzige Nachbarin, hatte das etwa ein Hektar große Rasenstück, das sich zwischen ihren Häusern erstreckte, überquert und stand nun am Rande von Marys Garten. Hey, Bella, sieh mal, das ist John. Bella kam zum Pool. Sie war vor einem Jahr in das alte Bauernhaus nebenan gezogen und die beiden Frauen hatten sich angewöhnt, sich abends auf einen Plausch zu treffen. Mit ihren 1,80 Meter und den vollen dunklen Haaren, die ihr in Wellen bis auf die Hüfte fielen, war Bella eine Wahnsinnsfrau. Ihr Gesicht war so schön, dass Mary sie anfangs nur angestarrt hatte und ihr Körper schien dem Cover der Bikini-Ausgabe der Sports Illustrated entstiegen. Insofern war es also nicht weiter verwunderlich, dass John hin und weg war. Mary fragte sich versonnen, wie es wohl wäre, eine solche Reaktion bei einem Mann hervorzurufen, selbst wenn er noch in der Pubertät war. Sie selbst war nie schön gewesen, sondern gehörte der Kategorie Frau an, die weder gut noch schlecht aussah. Und das war so gewesen, bevor die Chemotherapie ihre Haare und ihre Haut durch die Mangel gedreht hatte. Bella beugte sich mit einem angedeuteten Lächeln nach unten und bot dem Jungen ihre Hand. Hi! John berührte sie nur ganz kurz, als wäre ihr nicht sicher, ob sie echt war. Merkwürdig. Mary war es mit Bella oft genauso gegangen. Etwas an ihr war zu viel. Sie wirkte überlebensgroß, lebendiger als die anderen Leute, die Mary sonst traf. Und sie war mit Sicherheit schöner. Obwohl Bella sich überhaupt nicht wie eine femme fatale benahm. Sie war still und bescheiden und lebte allein in dem Haus. Von Beruf war sie offenbar Schriftstellerin. Mary traf sie nie tagsüber. Und Besuch schien sie auch keinen zu bekommen. Jetzt sah John Mary an und fragte mit den Händen, soll ich lieber gehen? Wie in vorauseilendem Gehorsam zog er die Füße aus dem Wasser. Doch sie legte ihm die Hand auf die Schulter. Es war unglaublich, wie knochig sich seine Schulter unter dem T-Shirt anfühlte. Nein, bleib nur. Bella zog ihre Turnschuhe und Socken aus und schnippte mit den Zehen über die Wasseroberfläche. Genau, John. Bleib bei uns. Kapitel 4 Mary lachte laut und sah John an. Das meinst du nicht ernst. Doch, es stimmt. Ich bin zwischen den Kinos hin und her gerast. Was hat er gesagt? Erkundigte sich Bella grinsend. Er hat Matrix am allerersten Tag viermal gesehen. Bella lachte. John, ich sage dir das nur ungern, aber das ist erbärmlich. Er strahlte sie an und errötete leicht. Bist du auch in diesen ganzen Herr-der-Ringe-Hype eingestiegen? Er schüttelte den Kopf, machte ein Zeichen und sah Mary erwartungsvoll an. Er sagt, er mag gern Kampfkunst, übersetzte sie, keine Hobbits. Das kann ich gut nachvollziehen, diese behaarten Füße, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ein Windstoß wehte heran und wirbelte etwas Laub in den Pool. Als die Blätter vorbeitrieben, griff John danach und holte ein Einzelnes heraus. Was ist das auf deinem Handgelenk? fragte Mary. John hielt ihr den Arm hin, damit sie das lederne Armband begutachten konnte. Darauf waren feinsäuberliche Zeichen zu sehen, eine Art Mittelding zwischen Hieroglyphen und chinesischen Schriftzeichen. Das ist ja wunderhübsch. Ich habe es selbst gemacht. Darf ich mal sehen? bat Bella und beugte sich zu ihm. Ihr Lächeln verschwand und ihre Augen verengten sich. Woher hast du das? Er sagt, er hätte es selbst gemacht. Woher kommst du nochmal? John zog seinen Arm zurück, offensichtlich von Bellas plötzlichem Interesse verunsichert. Er lebt hier, sagte Mary. Er ist hier geboren. Und wo sind seine Eltern? Mary blickte ihre Freundin ins Gesicht. Sie fragte sich, warum Bella plötzlich so nachdrücklich Fragen stellte. Er hat keine. Überhaupt keine? Er hat mir erzählt, dass er im Heim aufgewachsen ist. Stimmt doch, John, oder? John nickte und hielt sich abwehrend den Arm vor den Bauch, wie um das Armband zu schützen. Diese Zeichen, hackte Bella weiter nach. Weißt du, was sie bedeuten? John schüttelte den Kopf, dann zuckte er plötzlich und rieb sich die Schläfen. Langsam formulierten seine Hände ein paar Worte. Er sagt, sie bedeuten gar nichts, murmelte Mary. Er träumt nur von ihnen und sie gefallen ihm. Bella, jetzt mach mal langsam, okay? Ihre Nachbarin schien sich wieder zu beruhigen. Entschuldige, tut mir echt leid. Mary sah zu John und versuchte, die Anspannung wieder etwas zu lösen. Was für Filme gefallen dir denn noch? Bella stand auf und schlüpfte, ohne die Socken anzuziehen, in ihre Turnschuhe. Werdet ihr mich mal kurz entschuldigen? Ich komme gleich wieder. Bevor Mary noch etwas sagen konnte, rannte ihre Nachbarin schon über die Wiese. Als sie außer Höhe weiter war, sah John Mary an. Immer noch war sein Gesicht verzogen. Ich sollte jetzt gehen. John stand auf und hielt ihr die Hand hin, als wollte er ihr auf die Füße helfen. Sie nahm die dünnen Finger und stützte sich gerade so viel auf ihn, dass er ihr Gewicht spüren konnte. Zusammen gingen sie zur Hintertür, die Schuhe in der Hand. Ihre nassen Füße hinterließen Abdrücke auf den Steinfliesen. Bella stürzte in ihre Küche und bremste abrupt ab. Sie war ohne konkreten Plan losgerannt. Sie wusste nur, dass sie etwas unternehmen musste. John war ein Problem. Ein ernsthaftes Problem. Sie konnte nicht fassen, dass sie ihn nicht auf der Stelle als das erkannt hatte, was er war. Andererseits hatte er den Wandel noch vor sich. Und wer konnte schon ahnen, dass in Mary's Garten ein Vampir herumsaß? Bella musste beinahe lachen. Sie saß doch auch in Mary's Garten herum. Warum sollten andere ihrer Art nicht das Gleiche tun? Sie stützte die Hände in die Hüften und starrte auf den Boden. Was zum Teufel sollte sie nur tun? Sie hatte Johns Bewusstsein durchforscht, aber nichts über seine Rasse, sein Volk, seine Traditionen finden können. Der Junge hatte keinen Schimmer, wie er wirklich war oder in was er sich verwandeln würde. Und er wusste tatsächlich nicht, was die Symbole auf seinem Armband bedeuteten. Bella hingegen wusste es nur zu gut. In der alten Sprache stand dort Ter-Ror, der Name eines Kriegers. Wie hatte er an die Welt dem Menschen verloren werden können? Und wie viel Zeit blieb ihm noch bis zur Transition? Er sah aus wie Anfang 20, was bedeutete, er hatte vielleicht noch ein oder zwei Jahre Zeit. Aber wenn sie sich irrte, hätte, wenn er eher schon auf die 25 zuging, dann könnte er bereits in unmittelbarer Gefahr sein. Wenn ihm kein weiblicher Vampir durch die Verwandlung half, würde er sterben. Ihr erster Gedanke war, ihren Bruder anzurufen. Revenge wusste immer einen Rat. Das Problem war nur, sobald er an etwas beteiligt war, übernahm er vollständig das Kommando. Und er hatte die Neigung, jeden zu Tode zu erschrecken. Hevers? Sie könnte Hevers um Hilfe bitten. Als Arzt könnte er vielleicht feststellen, wie viel Zeit dem Junge noch bis zur Transition blieb. Und vielleicht könnte John sogar in seiner Klinik bleiben, bis es soweit war. Nur, dass er eben nicht krank war. Er war einfach nur ein Vampir vor seiner Verwandlung, körperlich schwach. Aber sie hatte keine Krankheit an ihm spüren können. Und Hevers leitete eine medizinische Einrichtung, kein Wohnheim. außerdem, was war mit diesem Namen? Es war ein Krieger. Bingo. Sie ging hinüber ins Wohnzimmer und suchte auf dem Schreibtisch nach ihrem Adressbuch. Ganz hinten auf der letzten Seite hatte sie eine Nummer aufgeschrieben, die seit bestimmt zehn Jahren kursierte. Angeblich konnte man unter dieser Nummer die Bruderschaft der Black Dagger erreichen, die Krieger ihrer Rasse. Sie würden erfahren wollen, dass da ein Knabe mit einem ihrer Namen herumlief, der ganz auf sich allein gestellt war. Vielleicht würden sie John zu sich nehmen. Ihre Handflächen waren feucht. Als sie den Telefonhörer abnahm, rechnete sie halb damit, dass es keinen Anschluss unter der Nummer gab oder jemand sie anschnauzen und auflegen würde. Stattdessen meldete sich ein Anrufbeantworter, der die gewählte Nummer wiederholte, bevor ein schrilles Piepsen ertönte. Ich, ähm, ich heiße Bella, ich suche die Bruderschaft, ich brauche Hilfe. Sie hinterließ ihre Nummer und legte auf. Weniger war sicher mehr. Falls die Nummer falsch war, wollte sie nicht zu viele Einzelheiten auf dem Abbey eines Menschen hinterlassen. Danach sah sie aus dem Fenster hinüber zu Marys Haus. Sie hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde, bis jemand zurückrief, falls jemand zurückrief. Wahrscheinlich sollte sie lieber zurückgehen und herausbekommen, wo der Junge wohnte und woher er Mary kannte. Oh Gott, Mary. Diese schreckliche Krankheit war wieder da. Bella hatte es gespürt und nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollte, als Mary erwähnte, dass sie zu ihrer vierteljährlichen Routineuntersuchung musste. Das war vor einigen Tagen gewesen. Heute Abend hatte Bella fragen wollen, wie es gelaufen war. Vielleicht konnte sie Mary irgendwie helfen, selbst wenn es nur eine moralische Unterstützung war. Rasch ging sie zu der Terrassentür, die auf die Wiese führte. Sie würde mehr über John herausfinden und das Telefon klingelte. So schnell? Das konnte eigentlich nicht sein. Sie hob den Apparat in der Küche ab. Hallo? Bella? Die männliche Stimme war tief und klang herrisch. Ja? Du hast uns angerufen. Lieber Himmel, es funktionierte. Sie räusperte sich. Wie jeder Vampir wusste sie einiges über die Bruderschaft. Sie kannte ihren Namen, ihren Ruf, ihre Triumphe und die Legenden. Aber sie hatte noch niemals ein Mitglied und getroffen. Und es war schwer zu glauben, dass sie nun tatsächlich in ihrer Küche stand und mit einem von ihnen telefonierte. Also komm auf den Punkt, ermahnte sie sich, als ihr die Situation klar wurde. Ich habe ein Problem. Dann erklärte sie dem Mann ruhig und präzise, was sie über John wusste. Eine Weile erherrschte Stille am anderen Ende der Leitung. Morgen Nacht wirst du ihn zu uns bringen. Oh Mann, wie sollte sie das denn bitte schön anstellen? Er spricht nicht. Er kann hören, aber er braucht einen Übersetzer, um sich verständlich zu machen. Dann bring einen mit. Sie fragte sich, wie Mary es wohl finden würde, in ihre Welt versetzt zu werden. Die Frau, die heute Abend für ihn spricht ist ein Mensch. Wir kümmern uns schon um ihre Erinnerungen. Wie komme ich zu euch? Wir schicken dir einen Wagen um neun Uhr. Meine Adresse ist wir wissen wo du wohnst. Es wurde aufgelegt und Bella bemerkte, dass ihre Hände zitterten. Okay. Jetzt musste sie nun auch Mary und John dazu bringen, mit ihr zur Bruderschaft zu kommen. Als sie zurück zu Marys Haus kam, saß John am Küchentisch und aß Suppe. Beide sahen auf, als Bella die Küche betrat und sie versuchte, so beiläufig wie möglich zu wirken. Sie setzte sich an den Tisch und wartete einen Augenblick ab. Hör mal John, ich kenne da ein paar Leute, die Kampfsport betreiben. Was nicht ganz gelogen war. Sie hatte gehört, dass die Brüder in allen möglichen Kampftechniken versiert waren. Und ich dachte, vielleicht möchtest du sie gern kennenlernen. John legte den Kopf schief und bewegte die Hände, den Blick immer auf Mary gerichtet. Er will wissen, warum? Zum Training? Vielleicht? John machte noch mehr Zeichen. Mary wischte sich den Mund ab. Er sagt, er kann sich kein Training leisten und dass er zu schmächtig ist. Wenn es kostenlos wäre, würde er dann gehen? Gott, was sollte das? Sie machte Versprechungen, die sie nicht halten konnte. Der Himmel allein wusste, was die Bruderschaft mit ihm machen würde. Mary, ich kann ihn an einen Ort bringen, wo er seine... Sag ihm, es ist ein Ort, wo die Meisterkämpfer sich aufhalten. Er könnte mit ihnen sprechen, sie kennenlernen. Vielleicht würde er gern... sich daran erinnern, dass er sehr gut hören kann. Aber klar, tut mir leid. Er nickte und nahm so die Entschuldigung an. Komm einfach morgen mit und sieh es dir an, schlug sie vor. Was hast du schon zu verlieren? John zuckte mit den Schultern und machte eine elegante Handbewegung. Mary lächelte. Er ist einverstanden. Und du musst auch mitkommen. Zum Übersetzen. Mary Leid, da bin ich auf der Arbeit. Abends, neun Uhr abends. Kapitel Fünf Als Budge ins One-Eye kam, fehlte er sich, als hätte ihm jemand die Stöpsel aus mehreren inneren Organen gezogen. Marissa hatte sich geweigert, ihn zu empfangen. Und wenn er auch nicht wirklich überrascht gewesen war, tat es doch höllisch weh. Höchste Zeit für eine kleine Scotch-Therapie. Er wich einem Rausschmeißer, einem Knäuel leicht bekleideter Mädchen und zwei Armdrückern aus und gelangte zu ihrem üblichen Tisch. Rage stand in einer dunklen Ecke hinter dem Tisch, eine Brünette zwischen sich und der Wand. Vicious war nicht zu sehen, aber vor einem der Stühle stand ein Glas Grey Goose und ein zerbrochenes Spießchen zum Umrühren. Zwei Gläser Whiskey später fühlte sich Budge immer noch nicht viel besser als Vicious zurück an den Tisch kam. Sein Hemd hing aus der Hose und war zerknittert. An seinen Fersen hing eine schwarzhaige Frau. Vicious scheuchte sie weg, als er Budge entdeckte. Hey, Bulle! Der Bruder setzte sich. Budge tippte zur Begrüßung an sein Glas. Alles klar? Wie? Keine Chance. Ach, Scheiße! Mann, es tut mir echt leid. Mir auch. Vicious Handy klingelte und er zog es aus der Tasche und klappte es auf. Er sagte zwei Worte, steckte das Gerät dann wieder ein und griff nach seiner Jacke. Das war Wrath. Wir müssen in einer halben Stunde zurück sein. Budge dachte kurz darüber nach zu bleiben und allein weiter zu trinken. Sicherlich keine gute Idee. Willst du mit mir im Auto fahren oder einfach verpuffen? Wir haben genug Zeit zu fahren. Budge warf ihm den Schlüssel über den Tisch. Holt schon mal den Wagen. Ich schnappe mir Hollywood. Er stand auf und ging in die dunkle Ecke, in der sich Rage aufhielt. Der Trenchcoat des Vampirs war über dem Körper der Brunetten ausgebreitet. Gott allein wußte, wie weit die Dinge darunter fortgeschritten waren. Rage, Kumpel, wir müssen los. Der Vampir hob den Kopf, die Lippen zu einer Linie gepresst, die Augen zu schmalen Schlitzen zusammengekniffen. Budge hielt die Hände hoch. Hey, ich werde dir sicher nicht aus Spaß die Tour vermasseln, der Boss hat gerufen. Mit einem Fluch trat Rage zurück. Die Kleider der Brunetten waren verrutscht und sie keuchte, aber die beiden Die drei stiegen in den Escalade und nahmen die Route 22 nach Norden aus der Stadt heraus. Sie überschritten die zugelassene Höchstgeschwindigkeit um ein Vielfaches und dazu dröhnte Trick Daddies Fuck Matrimony aus der Anlage, als Vicious plötzlich auf die Bremse trat. Auf einer Lichtung etwa 100 Meter neben der Straße hing etwas an einem Baum. Besser gesagt, jemand war gerade dabei, etwas an einen weißhaarigen, schwarz gekleideten Publikum. Lesser, murmelte Vicious und ließ den Wagen auf dem Seitenstreifen ausrollen. Noch bevor sie ganz zum Stehen kamen, riss Rage die Autotür auf und raste auf die Gruppe zu. Vicious blickte über den Vordersitz. Bulle, vielleicht bleibst du lieber? Leck mich, Vicious. Hast du eine von meinen Waffen dabei? Nein, ich gehe nackter raus. Butch zog eine Glock unter dem Sitz hervor und entsicherte sie, während er mit Vicious aus dem Auto sprang. Butch hatte erst zwei Lesser in seinem Leben gesehen und er fand sie wirklich gruselig. Sie sahen aus wie Menschen, bewegten sich und redeten wie Menschen, aber sie waren nicht lebendig. Ein Blick in ihre Augen und man wusste, dass die Vampirjäger nur leere Gefäße waren, deren Seele ganz wo anders war und sie leiden können. Auf der Lichtung gingen die Lesser in Angriffsstellung und griffen in ihre Taschen, als Rage wie eine Dampflok über die Wiese gewalzt kam. In einer Art selbstmörderischem Anfall stürzte er sich auf die Gruppe, ohne auch nur eine Waffe zu ziehen. Lieber Himmel, der Typ war doch irre. Mindestens einer der Jäger hatte eine Pistole gezogen. Butch zielte mit der Glock und verfolgte das Geschehen, doch er bekam kein freies Schussfeld und dann wurde ihm klar, dass er gar nicht die Verstärkung spielen musste. Rage kam gut allein mit den Lässern klar. Er besaß die Kraft und die Reflexe eines wilden Tieres. Seine Technik war eine Mischung aus allen möglichen Kampfsportarten. Sein Trenchcoat wehte hinter ihm, während er gegen Torsos trat und boxte. Das Mondlicht beleuchtete seine tödliche Schönheit, die Zähne waren gefletscht, der kräftige Körper prügelte den Lässern den Verstand aus dem Leib. Rechts von ihm ertönte ein Schrei und Batsch wirbelte herum. Vicious hatte einen Lässer abgefangen, der fliehen wollte, und der Bruder nahm sich den verdammten Typen jetzt zur Brust. Die Fight hing ein weiterer Lässer. Er sah ziemlich mitgenommen aus. Batsch löste das Seil und ließ den Körper langsam herunter. Er sah kurz über die Schulter, da das Klatschen und Knurren plötzlich lauter geworden war. Drei weitere Lässer hatten sich ins Getümmel gestürzt, aber er machte sich keine Sorgen um seine Jungs. Er kniete sich neben den Vampir Jäger und durchsuchte seine Taschen. Gerade zog er eine Brieftasche heraus, als er einen lauten Schuss hörte. Rage knallte auf den Boden, flach auf den Rücken. Ohne nachzudenken ging Batsch in Schuss Position und zielte auf den Lässer, der gerade eine weitere Kugel in Rage versenken wollte. Er kam nicht dazu abzudrücken. Aus dem Nichts flammte plötzlich ein gleißender Blitz auf, als hätte jemand eine kleine Atombombe gezündet. Die Nacht wurde zum Tag. Alles auf der Lichtung war hell erleuchtet. Die herbstlich belaubten Bäume, das Kampfgeschehen, die Wiese. Als die Leuchtkraft allmählich wieder nachließ, kam jemand auf Batsch zugerannt. Als er Wisches erkannte, ließ er die Waffe sinken. Hopp, steig in das verdammte Auto! Der Vampir schwang die Hufe, als wäre der Leibhaftige persönlich hinter ihm hier. Was ist mit ... Den Rest des Satzes bekam Batsch nicht mehr heraus, rannte frontal auf ihn zu wie ein Rambock, packte ihn und zerrte ihn mit sich weiter, bis sie sicher im Wagen saßen und die Türen verschlossen hatten. Batsch drehte sich zu dem Bruder um. Wir können Rage doch nicht da draußen lassen. Ein gewaltiges Brüllen zerriss die Nacht und Batsch drehte wie in Zeitlupe den Kopf herum. Auf der Lichtung stand ein Ungeheuer. Es war knapp zwei Meter fünfzig groß und ähnelte entfernt einem Drachen, hatte ein Gebiss wie ein Tyrannosaurus und messerscharfe Klauen an den vorderen Gliedmaßen. Das Wesen blitzte im Mondschein auf. Der riesige Körper und der mächtige Schwanz waren von lila und hellgrün schillernden Schuppen bedeckt. Was zum Teufel ist das? flüsterte Batsch und fummelte an der Tür, um sich zu vergewissern, dass sie auch wirklich fest geschlossen war. Rage mit richtig schlechter Laune. Das Monster stieß wieder ein Brüllen aus und stürzte sich dann auf die Lässer, als wie er anfing zu hyperventilieren. Entfernt hörte er das Geräusch eines Feuerzeugs und blickte zur Seite. Vishes Gesicht war im Licht der gelben Flamme zu sehen, als er sich mit zitternden Händen eine selbst gedrehte anzündete. Als der Bruder den Rauch ausstieß, erfüllte der intensive Duft türkischen Tabaks die Luft. Seit wann ist er? Wie magisch wurden Batschs Augen wieder von dem bizarren das, was er hatte fragen wollen? Rage hatte sich ernstlich mit der Jungfrau der Schrift verscherzt. Deshalb hat sie ihn verflucht, hat ihm zweihundert Jahre Hölle aufgebrummt. Jedes Mal, wenn er sich zu sehr aufregt, schwuppdiwupp, passiert das. Schmerz kann es auslösen, Wut, körperliche Unausgeglichenheit, wenn du verstehst, was ich meine. Batsch hob eine Augenbraue. Und ausgerechnet er war zwischen Rage und diese Frau getreten. So einen Blödsinn machte er mit Sicherheit nie wieder. Das Blutbad da draußen kam Batsch vor wie ein Splatter Trash Film ohne Ton. Diese Art von Gewalt war eine völlig andere Liga. Da kam nicht mal er mit. In all den Jahren bei der Mordkommission hatte Batsch reichlich Leichen gesehen. Manche waren schauerlich zugerichtet gewesen. Aber niemals zuvor hatte er ein solches Gemetzel live miterlebt. Und seltsamerweise entrückte der Schock die Erfahrung der Realität. Gott sei Dank. Passiert das oft? fragte er. Oft genug. Deshalb hält er sich lieber an den Sex. Ich gebe dir einen guten Rat. Leg dich nicht mit der Bestie an. Sie macht keinen Unterschied zwischen Freund und Mittagessen. Wir können nur abwarten bis Rage wieder zum Vorschein kommt und uns dann um ihn kümmern. Etwas knallte auf die Motorhaube und sprang wieder hoch. Igitt. War das ein Kopf? Nein, ein Stiefel. Vielleicht mochte das Untier kein Gummi. Uns um ihn kümmern? Murmelte Butch. Wie fändest du es, wenn dir jeder Knochen im Leib gebrochen würde? Er macht eine krasse Metamorphose durch, wenn das Ding hervor bricht und wenn betäubenden Brüllen schwenkte die Kreatur herum, als suchte sie nach Meerfutter. Da kein Vampirjäger mehr zu sehen war, richtete sie den Blick auf den Eskalade. Kann das Ding das Auto aufkriegen? erkundigte sich Butch leicht beunruhigt. Wenn es will, schon. Glücklicherweise wird es wohl nicht mehr besonders viel Hunger haben. Und was ist, wenn noch Platz für einen kleinen Nachtisch ist, stieß Butch durch die Zähne hervor. Die Bestie schüttelte das Haupt. Ihre schwarze Mähne flatterte im Mondlicht. Dann heulte sie auf und rannte auf sie zu. Das Donnern der Schritte ließ die Erde erbeben. Butch checkte noch einmal die Türen. Dann erwog er kurz, sich einfach wie eine Memme flach auf den Boden zu legen. Direkt neben dem SUV blieb das Wesen stehen und krümmte sich. Es war so nah, dass sein Atem Butchs Fenster beschlagen ließ. Von Nahem war es wirklich abstoßend hässlich. Es hatte weiße, schlitzförmige Augen und einen massiven Unterkiefer. Und die Reißzähne in dem offenen Maul waren der Stoff aus dem Fieberalbträume sind. Schwarzes Blut lief ihm wie Rohöl über die Brust. Er hob die muskulösen Vorderbeine. Mann, oh Mann, diese Krallen waren wie Dolche. Dagegen sahen die Fingernägel von Freddy Krüger wie Pfeifenreiniger aus. Doch irgendwo da drin war Rage. Butch legte die Hand ans Fenster, als könnte er den Bruder so erreichen. Die Kreatur legte den Kopf schief, die weißen Augen blinzelten. Unvermittelt stieß sie einen tiefen Seufzer aus und der massige Körper begann zu zittern. Ein hoher durchdringender Schrei entrang sich ihrer Kehle und durchbrach die Nacht. Dann blitzte es wieder hell auf. Und dann lag Rage nackt auf dem Boden. Butch riss die Wagentür auf und kniete sich neben seinen Freund. Rage lag bibbernd im Gras. Seine Haut war klamm, die Augen zugepresst. Der Mund bewegte sich langsam. Sein ganzes Gesicht, die Haare, die Brust waren mit schwarzem Blut verschmiert. Sein Bauch war fürchterlich aufgebläht. Und in seiner Schulter war ein Loch, wo ihn die Kugel getroffen hatte. Butch zog sich eilig die Jacke aus und legte sie über den Vampir. Er hielt sein Ohr nah an Rages Mund, um die gemurmelten Worte zu verstehen. Was hast du sich etwas zu beruhigen? Na nach Haus bringen! Bitte! Nach Hause! Mach dir keine Sorgen! Wir kümmern uns jetzt um dich! Ohr lief tief gebückt von der Lichtung und dem Gemetzel weg. Sein Truck war ein Stück die Straße hinunter geparkt, etwa eine Meile entfernt. Er würde noch etwa drei oder vier Minuten bis dorthin brauchen. Bisher wurde er nicht verfolgt. Im selben Augenblick, hatte, war er getürmt. Ihm war sofort klar gewesen, dass ein solches Feuerwerk nichts Gutes verheißen konnte. Allerdings war er davon ausgegangen, dass es entweder Nervengas oder die Vorstufe zu einer gewaltigen Explosion war, bis das Gebrüll ertönte. Als er über die Schulter geblickt hatte, war er wie angewurzelt stehen geblieben. Etwas hatte sich über seine Kollegen hergemacht und sie lesen, dass aus dem Nichts gekommen zu sein schien. Er war jedoch nicht lange stehen geblieben. Und während er nun davon rannte, sah O sich noch einmal um, ob er verfolgt wurde. Der Weg hinter ihm war immer noch leer. Und vor sich sah er schon den Truck. Als er ihn erreichte, warf er sich auf den Fahrersitz, legte den Gang ein und trat aufs Gas. Das Wichtigste war jetzt erst einmal sich vom Ort des Geschehens zu entfernen. Ein solches Massaker musste Aufmerksamkeit erregen, entweder das Schauspiel selbst oder das, was davon übrig blieb. Danach musste er sich eine Strategie zurecht legen. Mr. X würde toben wie ein Irrer, wenn er das heraus bekam. Aus Elite war vollständig vernichtet worden. Und die anderen Lässer, die er in etwas über einer halben Stunde. Und verflucht noch mal, er wusste praktisch nichts über dieses Monster, das den ganzen Schaden angerichtet hatte. Sie waren gerade dabei gewesen, Ys Körper an den Baum zu hängen, als der Escalate anhielt. Ein blonder Krieger war herausgestürmt, so groß und so schnell, dass er mit Sicherheit ein Mitglied der Bruderschaft war. Es war noch ein anderer Vampir bei ihm gewesen, auch unglaublich gefährlich. Außerdem ein Mensch, obwohl der Teufel wissen mochte, was der Kerl bei den beiden Brüdern zu suchen hatte. Der Kampf hatte gerade acht oder neun Minuten gedauert. O. hatte sich den Blonden vorgenommen und ihm ein paar Schläge ohne nennenswerte Wirkung verpasst. Sie waren heftig in einen Faustkampf verwickelt gewesen, als einer der anderen Lesser einen Schuss abgegeben hatte. O. hatte sich zu Boden fallen lassen und abgerollt, beinahe wäre er selbst erschossen worden. Als er wieder aufsah, hielt sich der Vampir die Schulter und stürzte rücklinks zu Boden. O. hatte sich auf ihn geworfen, er wollte ihn selbst töten, doch im selben Moment hatte der Lesser mit der Pistole ebenfalls versucht, dem Vampir den Rest zu geben. geleuchtet und das Monster war aufgetaucht. War es denn möglich, dass dieses Ding irgendwie aus dem blonden Krieger entstanden war? Das wäre vielleicht eine Geheimwaffe? O. rief sich den Krieger noch einmal vor Augen. Seine Augen, das Gesicht, die Kleider, die Bewegungen. Eine genaue Beschreibung wäre von entscheidender Bedeutung für die Befragungen, die die Gesellschaft derzeit durchführte. Präzise Fragen, die man den Gefangenen stellen konnte, erhöhten die Wahrscheinlichkeit brauchbarer Antworten. Und genau um Informationen über die Brüder ging es ihnen ja. Nachdem sie jahrzehntelang die Zivilbevölkerung der Vampire attackiert hatten, konzentrierten sich die Lesser nun auf die Bruderschaft selbst. Ohne diese Krieger würde die Vampirrasse wehrlos sein und die Gesellschaft der Lesser würde endlich ihre Aufgabe vollenden und die Spezies auslöschen können. Ohne fuhr auf den Parkplatz des örtlichen Laserdromes. Das einzig Gute heute Abend war gewesen, ihn langsam zu töten. Seinen Ärger am Körper seines Kollegen auszulassen, war wie ein kühles Bier an einem heißen Sommerabend. Befriedigend. Beruhigend. Doch was danach passiert war, machte ihn bereits wieder nervös. O klappte sein Handy auf und tippte eine Kurzwahlnummer ein. Es gab keinen Grund, mit seinem Bericht zu warten, bis er zu Hause war. Mr. X Reaktion würde noch furchtbarer ausfallen, wenn er das Gefühl hätte, er würde die Beichte hinauszögern. Wir haben da ein Problem, sagte er, als jemand den Hörer abnahm. Fünf Minuten später legte er auf, wendete den Wagen und fuhr zurück in den ländlicheren Teil der Stadt. Mr. X hatte eine Unterredung gefordert, in seiner privaten Blockhütte im Wald. Kapitel 6 Rage konnte nur Schemen erkennen. Seine Augen waren mit dem hellen Licht überfordert. Er hasste jegliche Art körperlicher Schwäche. Daher bemühte er sich verzweifelt darum, den Bewegungen der zwei großen Gestalten um sich herum zu folgen. Als sich Hände unter seine Achseln schoben und ihn an den Knöcheln fassten, stöhnte er auf. Ganz ruhig, Rage. Wir heben dich nur kurz hoch, okay? Das war Vicious Stimme. Ein glühender Schmerz schoss ihm durch den ganzen Körper, als er aufgehoben und in den Wagen getragen wurde. Sie legten ihn vorsichtig ab und schlossen die Türen. Der Motor sprang mit leisem Brummen an. Ihm war so kalt, dass seine Zähne klapperten und er wickelte sich fester in den Stoff, den ihm jemand um die Schultern gelegt hatte. Als seine Hände nicht zurecht gehorchen wollten, half ihm jemand. Bleib einfach nur liegen, Großer. Batsch. Das war Batsch. Rage wollte etwas sagen, doch der fade Geschmack in seinem Mund war ekelhaft. Alles mal gut sein, Hollywood. Alles ist gut. Vicious und ich bringen dich nach Hause. Das Auto fuhr an und holperte vom Seitenstreifen zurück auf die Straße. Er jammerte wie ein Mädchen, aber er konnte nichts dagegen tun. Sein Körper fühlte sich an, als hätte ihn jemand mit einem Baseballschläger Windel weich geprügelt. Einem Baseballschläger mit Eisenstacheln. Er musste wohl das Bewusstsein verloren haben, denn als Rage wieder wach wurde, schleppte man ihn gerade ins Haus. Er hörte vertraute Stimmen. Vicious, Budge. Ein tiefes Knurren, das nur von Wrath stammen konnte. Wieder wurde er ohnmächtig. Als er zu sich kam, spürte er etwas Kaltes im Rücken. Kannst du aufstehen? fragte Budge. Rage machte einen Versuch und war dankbar, als wurde auch die Übelkeit langsam besser. Seine Ohren vernahmen ein süßes Rauschen und einen Augenblick später stürzte ein Schwall warmen Wassers über seinen Körper. Ist das so Rage? Zu heiß? Budges Stimme ganz nah. Der Polizist war bei ihm in der Dusche und er raucht türkischen Tabak. Also war auch Vicious im Badezimmer. Hollywood, ist das zu heiß für dich? Nein, Er tastete nach der Seife. Kann nichts sehen. Macht gar nichts. Du musst nicht unbedingt wissen, wie wir beide zusammen nackt unter der Dusche aussehen. Um ehrlich zu sein, bin ich traumatisiert genug für uns beide. Rage lächelte schwach, während ein Waschlappen ihm über Gesicht, Hals und Brust schrubbte. Gott, das fühlte sich fantastisch an. Er bog den Kopf nach hinten und ließ sich von Wasser und Seife die Überreste des Monsters und seines Festmals wegwaschen. Viel zu bald wurde die Dusche wieder abgedreht. Ein Handtuch wurde ihm um die Hüften gewickelt und mit einem anderen wurde er abgetrocknet. Er war kurz davor wieder das Bewusstsein zu verlieren, als er Batschs gedämpfte Stimme hörte. Wenigstens ist die Kugel sauber durch ihn durchgegangen. Aber Mann, er sieht nicht gut aus. Leise antwortete Vicious, morgen geht es ihm schon wieder besser. Er erholt sich immer sehr schnell, aber es ist trotzdem ziemlich hart. Dieses Vieh war vielleicht eine Ansage. Er macht sich immer große Sorgen deswegen. Ein Ratsch erklang und wieder strömte eine frische Wolke von diesem wunderbaren Tabakduft heran. Er versucht zu verbergen, wie viel Angst ihm das macht, muss immer die glänzende Fassade wahren, aber er hat blanken Horror davor, jemanden zu verletzen. Seine erste Frage, als er wieder zu sich kam, war, ob es dir und mir gut geht. Rage wollte den Schlaf herbeizwingen. Die schwarze Leere war immer noch besser, als seinen Freunden zuzuhören, wie sie ihn bemitleideten. 91 Jahre, 8 Monate und vier Tage. Dann würde er frei sein, wenn er lange genug leben würde. Mary versuchte verzweifelt einzuschlafen. Sie schloss die Augen, probierte autogenes Training, konzentrierte sich auf ihre Zehen und entspannte einen nach dem anderen, ging sämtliche Telefonnummern durch, die sie kannte. Nichts half. Sie wälzte sich herum und starrte die Decke an. Als sich ein Bild von John vor ihr geistiges Auge schob, war sie dankbar. Der Junge war immerhin besser als viele andere Themen, die sich ihr momentan aufdrängten. Sie konnte nicht fassen, dass ihr schon 23 war. Obwohl, je mehr sie über ihn nachdachte, desto einleuchtender erschien es ihr. Abgesehen von seinem Matrix-Tick war er doch unglaublich reif. Eigentlich beinahe weise. Als es Zeit für ihn gewesen war, zu gehen, hatte sie darauf bestanden, ihn nach Hause zu fahren. Bella hatte gebeten, mitkommen zu dürfen. Und so waren die drei zusammen in Marys Auto in die Innenstadt gefahren, Johns Fahrrad aus dem offenen Kofferraum ragend. Es war hart gewesen, den Jungen vor dem armseligen Gebäude abzusetzen, in dem er lebte. Sie hatte ihn fast angebettelt, mit ihr zurück nach Hause mitzukommen. Aber wenigstens hatte er eingewilligt, morgenabend zu Bella zu kommen. Und vielleicht würde ihm diese Kampfsportsache ein paar Türen öffnen. Sie hatte den Eindruck, dass er nicht besonders viele Freunde hatte. Deshalb fand sie es besonders lieb, von Bella sich seinetwegen solche Mühe zu machen. Sie machte das Licht an und nahm mit grimmiger Entschlossenheit die Vanity Fan in die Hand. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wie es Paris Hilton im Knast ergangen ist, dachte sie. Kapitel 7 Nachdem Rage eingeschlafen war, ging Butch mit Vicious dem Flur hinunter in Raths Arbeitszimmer. Normalerweise nahm Butch an Angelegenheiten der Bruderschaft nicht teil, aber Vicious würde ihm von ihrer Begegnung auf dem Heimweg erzählen, und Butch war der Einzige, der sich den Lässer am Baum näher angesehen hatte. Er suchte sich einen Stuhl mit spindeldürren Beinen aus und versuchte sich hinzusetzen, ohne sein ganzes Gewicht darauf niederzulassen. Er nickte Torment knapp zu, der auf der seidenbezogenen Couch gegenüber Platz genommen hatte. Die Beine weit über die Sein militärisch kurzgeschnittenes schwarzes Haar und seine breiten Schultern verkündeten, dass er ein ganz harter war, aber seine dunkelblauen Augen sprachen eine andere Sprache. Unter der martialischen Maske war Tor ein wirklich netter Kerl und erstaunlich feinfühlig, wenn man bedachte, dass er von Berufswegen Untote verprügelte. Seit Wrath vor zwei Monaten den Königsthron bestiegen hatte, war Torment der offizielle Anführer der Bruderschaft und der einzige Kämpfer, der nicht im großen Herrenhaus wohnte. Tor Schallon Welsey erwartete ihr erstes Kind und dachte nicht daran, mit einem Haufen alleinstehender Kerle zusammenzuziehen. Und wer sollte ihr das schon zum Vorwurf machen? Ihr hattet also ein bisschen Spaß auf dem Weg nach Hause? sagte Tor zu Vicious. Rage hat sich richtig gehen lassen, entgegnete Vicious, während er sich einen Wodka aus der Hausbar eingoss. Als nächster traf Puri ein und nickte allen zur Begrüßung zu. Butch mochte diesen Bruder sehr, auch wenn sie nicht viel gemeinsam hatten. Der Gentleman Eindruck, den er hinterließ, lag nicht nur an seinen scharfen Sachen, wie dem schwarzen Kaschmi Pullover und der eleganten Anzughose aus feinem Zwirren, die er heute trug. Der Bruder hatte außerdem die eindrucksvollsten Haare, die Butch je gesehen hatte. Die langen, dicken Wellen aus Blond, Rot und Braun waren irrsinnig eindrucksvoll. Und seine eigentümlich gelben Augen, die so golden leuchteten wie Sonnenschein, waren der Clou. Warum er zölibatär lebte, war Butch einfach ein Rätsel. Als Puri zur Hausbar ging, um sich ein Glas Port einzuschenken, war das dass der Vampirkrieger irgendwann seinen Unterschenkel verloren hatte. Jetzt trug er eine Prothese, die ihn ganz offensichtlich auf dem Schlachtfeld nicht im Mindesten behinderte. Wieder betrat jemand den Raum und Butch blickte über die Schulter. Leider hatte Purys Zwillingsbruder beschlossen, pünktlich zu erscheinen. Aber wenigstens stellte Sadist sich in die hinterste Ecke und hielt sich von den anderen fern. Butch war das nur recht, denn der Kerl machte ihn ernstlich nervös. Sadists Narbengesicht und die glänzenden schwarzen Augen waren nur die Spitze des Eisbergs. Der ganze Mann war ein totaler Freak, geschorener Schädel, Tattoos um den Hals und die Handgelenke, Piercings. Er wirkte von Kopf bis Fuß bedrohlich und der grenzenlose Hass, der in ihm brodelte, rundete den Eindruck ab. Er war eiskalt, bösartig und vollkommen unberechenbar. verrichtet hatte, was Sadists als Säugling entführt und in eine Art von Sklaverei verkauft worden. Die einhundert Jahre, die er in Gefangenschaft verbrachte, hatten ihm alles nur entfernt menschliche im vampirische genommen. Jetzt war er nichts als dunkle Gefühle, gefangen in einer zerstörten Hülle. Und wenn man wusste, was gut für einen war, ging man ihm besser aus dem Weg. D D D D D D D Vielen Dank.